So, dann machen wir hier zart und saftig weiter. Ich will bloß mal gucken, was diese Ausrufezeichen hier sind. Hm. Sagt man jetzt nichts, aber wir gehen hier erstmal runter. Machen wir uns erstmal unsere Hauptaufgabe hier. Sehr schön. Kriegen wir auch schon ein. Kontaktieren Sie den G.I.R. Ja, ja. So, wo müssen wir hin? Da lang. Oh, da war eine Kiste. Oh, und hopp. Prane hier. Bericht. Der Turmboss heißt Bracken und ist definitiv nicht euer Mann. Der andere Hauptverdächtige ist eine Art Warlord. Ein Typ von hier nennt sich Rais. Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen. Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen. Schaffe ich das nicht? Müssen Sie sich was anderes einfallen lassen? Bestätigt. Sie machen Ihre Sache gut, Crane. Setzen Sie die Mission fort und geben Sie uns Zeit zum Nachdenken. Melden Sie sich, sobald Sie Antizin finden. Ja, da kann ich springen. Ja, oh. Doch, daneben. Scheiße. War natürlich nicht geplant. Diese scheiß Müllkramer hier. Boah, Alter, brennt der? Oh, fuck. Los weg, Alter. Was ist denn der Blaue da, ey? Scheiße. Grain, drei Viertel aller Pakete kommen im Kessel runter. Fängst du dort an, ist die Chance am größten, dass du die Abwurfstelle vor den anderen erreichst. Oh, hier ist noch ein... Äh, Dietrich, ey, fuck. Jade, nähere mich der Abwurfstelle. Gut. Such dir einen Unterschlupf und warte. Die meisten Pakete landen genau in diesem Bereich. Oh. Verpisst euch, ey. Das verschwindet, Alter. Mach das, dass du wegkommst. Pistig, Alter. Oh, da haben wir ja eine Kiste, geil. Oh, verdammt. Und da ist eine Kiste. Sieht intakt aus. Mal sehen, was drin ist. Komm, geh hoch, verdammt. Boah, Alter, wie war denn das? Alter, die sind ja überall, ey. Verschwindet, ey. Erstmal hier hoch. Ach, Mann, das ist ja nicht so eine Scheiße. Na, endlich. Na, sag mal. Oh, wo ist denn die Scheißkiste? Da. Na klar, nix drin. Hast du's gesehen? Ja, zwei Pakete. Wir sind leider woanders gelandet. Aber du bist ganz in der Nähe. Du musst als Erster bei den Kisten sein. Na dann. Renne ich da mal hin. Ach, du Scheiße. Noch weiter geht's nicht, ey. Ja. Oh, geh doch da ran, verdammt. Jade, Reis, Männer waren schon da. Okay, kein Kampf. Such einfach Nummer zwei. Such nach dem Rauch des Leuchtsignals. Die Kiste muss in der Nähe sein. Oh, fuck, ey. Wo denn? Ach, du Scheiße. Da hinten, ey. Ist bald dunkel, Alter. Und ich renne hier rum, ey. Okay. Komm, 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 komm. Du musst zurück. Bin fast dort, ich schaff das. Mann, wo ist die Scheißkiste? Fuck. Verschwinde, Alter. Ich muss hier erst mal. Ach. Nicht runterfallen, sondern spring, Alter. Na komm, spring. Wo ist die Scheißkiste, Alter? Na geil. Komm, rutsch, Alter. Mann, Alter. Brenn, Alter. Brenn, du Sau, Alter. Oh, stirb, Alter. Bleib doch mal liegen, Alter. Na, jetzt geht doch. Oh, ja, wohl. Brenn, du Sau. Säubern. Äh, lebt der noch, Alter? Wollte schon sagen. Sehr schön, Alter. Geil. Crane hier. Ich wollte gerade ein Antizinpaket bergen. Gut, Crane. Damit eröffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten. Widmen Sie Ihrer Aufmerksamkeit jetzt, Rais. Hören Sie zu. Rais ist höchstwahrscheinlich unser Mann. Wenn Sie also Antizin finden, dann zerstören Sie es. Wat? Was? Wieso? Dann müssen Sie sich an Rais wenden. Sie können das für Bracken übernehmen. Als Gesandter. Aber, die Leute brauchen dieses Zeug doch. Wir haben das Wohl aller im Sinn. Vergessen Sie das nicht. Oh, bitte nicht, ey. Was macht ihr denn? Wir brauchen doch das Zeug. Ich bin an der Abwurfstelle. Hier ist kein Antizin. Keins? Mist. Mist. Gut, komm zurück. Und Vorsicht, die Albträume sind wach. Lass dich nicht sehen. Mist. Hat mich wohl gehört. Na lecker, ey. Gut, nur mal. Alter Renner, Bastard. Scheiße. Oh, aber jetzt komm. boah, was? Alter, ich sehe richtig viel hier, ey Scheißfrix, Alter Was für Affen, Alter Oh, Punkte Rutschen Nutzen die Bewegung Können wir machen So Ach du Scheiße, Alter Fast verrückt, Alter Ich hab's heil zurückgeschafft Jetzt weiß ich, wie Bracken sich bei seinem nächtlichen Ausflug gefühlt haben muss Das ist kein Kindergeburtstag Ich muss mich bei ihm melden und ihm sagen, dass ich kein Antizin habe Alle zu belügen ist ein verdammter Mist Aber ich weiß, dass der GRE das Wohl der Allgemeinheit im Sinn hat Hm, glaube ich nicht, ey Der verbrenntet einfach, ey Gasrohr, Clownhammer Geil ist ja Geil ist ja Ist das dein Ernst? Tja Dieser Rais hat mich noch nie persönlich gesehen Ein Neuanfang, okay? Könnt ihr mich mit Crane bitte mal alleine lassen? Willst du das wirklich tun? Irgendjemand muss ja, oder? Da hast du wohl recht Also, wir haben hier Raised Basis Finde raus, was das Zeug kostet Und komm heil zurück Ah, Taschenlampe Das ist sehr schön Sterne des Schmerz Falschen sie besser Oh Gott, ey Rufstörner sind immer gut Und drin im Fahrstuhl Junge, Junge Geil ist gel Es ist vorbei Mission gescheitert Dank meiner Auftraggeber Jetzt ist Bracken so verzweifelt Dass er mit dem Teufel verhandeln will Raised Und da ich rausfinden soll Ob Raised die Geheimdatei des GRE gestohlen hat Ist die Gelegenheit perfekt Packt mit Weiß Stellen Sie sich bei Weiß vor Das machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter Also, haut da rein Bis zum nächsten Mal